Hallo, guten Tag. Mein Name ist Carl Christian P. Lagan und ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Kagehan de Orostadt, Philippinen. Ich bin ein vierter Jahre Nursing Student in Sevilla Universitat, Atene J. Kagehan. Mein Hobbys sind Computerspielen und Tanzen. Ich spreche kein Englisch, Philippinisch und ein bisschen Deutsch. Das ist alles. Danke und Tschüss.